Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind weit gekommen in Rising Lords. Wir sind in der sechsten Mission, in der letzten Mission dieser Kampagne, haben zuletzt unsere alte Heimat Grafschaft zurückerobert, Tannheim. Und jetzt geht es darum, die Invasoren aus dem Land zu vertreiben und unseren Bruder zu befreien. Das alles morgen im Donnerstream ab 20.30 Uhr auf Twitch. Also, wenn ihr auch so neugierig seid, wie diese Geschichte wohl zu Ende gehen wird, dann seid dabei, denn morgen ziehen wir das auf jeden Fall durch und schließen das Ganze ab. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr könnt dabei sein. Bis dahin macht's gut. Euer Steinwallen.